Hallihallo hier wieder euer Darsteffen zur nächsten Runde Let's Play Worms 3D und es geht im selben Löffel wie wir letztes Mal weiter zum neuen Versuch die kleinen Würmer ja alle ja ja du uns mal guck mal klappt bei Aufnahmen wie von Arschwein weil links nicht aufgenommen hat dann habe ich noch ja frebs hat nicht aufgenommen jetzt muss ich halt nochmal aufnehmen verliert dauernd das die mutiert schon langsam das war noch scheiß wetter draußen sieht auch noch mit drunter naja ist halt echt nicht mein tag aber egal was soll es drauf ich mache ein netball draußen für euch hofft jetzt unterhält euch tropfen und wünsche viel spaß bei dieser runde und ja mal schauen was wird hier die runde wird schon voll von arsch ist jetzt schon das glück ist nicht auf der seite der nahe und heuer nein ich meine was du geil die scheiße brauche ich die waffen hier in den Löffel teils ist er wieder da unten drin ist er so ernst auch kommt schon tu mir das nicht an ja weil sie ist auch mal vorbei ihr penner ja was sie mir da sind euch nicht ja was sogar wie schön ich bin glaube ich gerade umfällt die mutilierten jawoll der falltreffer naja schauen wir mal weiter ob es so gut gelingt ja die kiste vom diese sau das ist doch in die steile ernst ja so eigentlich nicht ja ich gebe das spiegel auf nein 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 das spiel meins nicht gut mit mir heute und das ist jetzt aber fies was soll ich da drüben ist das euer fucking ernst spielte bombe was ist das denn so ganz 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 mal kommt schon lasst die scheiße die mutter die mutter wird mich ja verdammt ich weiß gar nicht egal diese verschwendung ich gebe reichen was wie kinder schlag da wird wieder eine runde werden das auch ich komme hier runter bekommen ein wasser gewandt da werde ich ausgetickt das sage ich euch splitterbombe euer ernst was soll ich mir da ist eine scheiße blätterbomben fresselden ein bisschen bescheuert schwach genug ja so wie ich die macke ja klar das ist ja ne gut gehabt sein glück auf krampe da das trifft perfekt aber reicht nicht ne was 808 ernst in der wasser land ist ja alter ist der freiwillig zur freiwillig das arsch konflikt schießt mich weg die motivieren dass sie ist ich gibt es auch hier freiwillig weg das ist weg das weg ihr klug gehabt auf über top sind wixer scheiß ich brauche das spiel ja auch mit seiner scheiße der zucker auf den arsch wieder mal drunter ich gebe das spiel auf ich gebe das spiel bald auf hier macht keinen spaß mehr wenn du die sitzt kamera so wie es nicht mehr allein nicht die sogar du gab es noch also dafür kippe doch ein treffer erst weg weg mit dir ich nicht was sehen du kleiner haassohn dabei bei viele leine das arsch gesicht erst mal am besten da hinten sitzt der ich bin schon unterwegs ja abwinken hier halt mal kommen was denn zu gut ist wunderlos das kann auch ja wird er nicht mein zucker hätte durch an die kiste kommen splitter pumpe was soll ich denn ich bitte bomben was ich bin ich bitte bomben ich bin mir doch nichts die genaue zeit null wirklich die genaue zeit von 0 ist das hallo was teufel sei die scheiße splitterpumpe ja klar splitterpumpe ja klar der hat eine schruttflinte ja klar der fucking ernst ich krieg die grise mit spieler sie verorscht mich doch regelrecht ach man scheiß drauf ich hoffe trotzdem es hat euch spaß gemacht und ja wir sehen uns nächste woche wieder zu nächsten bombs 3d wenn ich da weitermachen werde vielleicht bin ich so demotiviert dass ich dann auch sein lass mal schauen und ja schaut auch bei meinen anderen lesplays vorbei und ja ich wünsche euch was und bis zum nächsten mal euer darf steffen mögen die würmer mit euch sein und tschau mit pau und selbe welle selbe stelle tschau und entschuldigt dass ich so oft ausgerastet bin und etwas demotiviert klang aber naja das spiel treibt mich gerade in die verzweiflung und freps dazu ja also tschau bis zum nächsten mal